Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW43. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenblick aus Marktmacherspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Brand Trust Talks Weekly. Jetzt, wie es leibt und lebt, in wunderbarer Tonqualität, nachdem ich letzte Woche den, ja, wir haben ihn jetzt mal Puschel genannt, nicht dabei hatte bei meinem neuen Mikro und dementsprechend es zu so ein paar Tonhöhen und Störungen und allem Möglichen gekommen ist, aber jetzt hoffentlich eine wunderbare Folge, auch in Stereo im Optimalfall auf beiden Ohren. Und wir sind natürlich zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und natürlich habe ich ein paar schöne Themen vorbereitet und ich würde sagen, ich spanne euch jetzt nicht weiter auf die Folter. Los geht's. Wir haben diese Woche, glaube ich, nur eine Kategorie, nee, zwei Kategorien, doch, eine zweite kommt noch dazu. Und wir starten hiermit. Die Marketingthemen der Woche. Und da sind wir bei der Bundeswehr angekommen. Die Bundeswehr arbeitet natürlich ganz stark an dem Thema, ich würde sagen, Employer-Marketing, Employer-Branding, Recruiting, irgendwo so dazwischen ist genau die Frage eigentlich, wo sie dran arbeiten. Was aber klar ist, aufgrund der aktuellen Herausforderung, würde ich es mal gelindig gesagt nennen, ist natürlich für die Bundeswehr gerade auch eine Aufgabe, ja, Menschen zu finden, die die Bundeswehr bei ihrer Mission auch unterstützen. Und dementsprechend wird da gerade ziemlich viel investiert, auch nicht erst seit gestern, sondern schon seit einigen Jahren auf jeden Fall. Und auch jetzt gibt es eine weitere neue Autoform-Kampagne der Bundeswehr. Und dort hat man jetzt neue Kampagnen-Suchees auch geschaffen, die von der Stammagentur wiederum herausgearbeitet wurden. Und es sind insgesamt zehn Stück, die wie das Autoform ausgespielt werden und die das Ziel verfolgen. Möglichst viele Leute anzuziehen, die vielleicht sagen, ja, die Bundeswehr, die ziehe ich auf jeden Fall mal in Betracht. Und auf diesen Kampagnen-Suchees könnt ihr euch folgendermaßen vorstellen. Man sieht immer schon irgendwo so ein Leistungsmerkmal der Bundeswehr. Entweder ein Schiff, ein großes Auto, irgendeine Waffe kann, glaube ich, auch mit drauf sein. Und dann vor allen Dingen auch Menschen, die offensichtlich sagen, wir haben uns der Bundeswehr auch schon verschrieben. Und wir haben auch gesagt, wir unterstützen diese Mission. Und genau darum soll es auch gehen. Das heißt also, die Bundeswehr sucht vor allen Dingen mit einem Suchet, wo immer darauf Augenmerk gelegt wird, welche Stärken denn die Bundeswehr hat. Und dann mit dem Call to Action, weil du es kannst. Oder auch besser gesagt mit der Stärkung sozusagen des eigenen Selbstwerts und der Überzeugung. Ja, du kannst etwas besonders gut. Dann solltest du vielleicht überlegen, diese Kompetenz, diese Fähigkeit bei der Bundeswehr auch auszuleben. Und dann gibt es dann solche Suchets, wie zum Beispiel das Gefühl, wenn eine ganze Armee hinter dir steht, weil du es kannst. Oder auch alternativ voller Einsatz für den Frieden, weil du es kannst. Das ist auch so ein Thema gewesen. Oder du hältst 7000 Tonnen auf Kurs. Da geht es dann um das besagte Schiff, weil du es kannst. Das heißt, man versucht immer mit den Leistungen, den Stärken der Bundeswehr, insbesondere was das Thema Infrastruktur zum Beispiel angeht, eben zu spielen. Und dann, wie gesagt, immer mit diesem Call to Action, weil du es kannst, wird darauf aufmerksam gemacht. Ja, vielleicht ist das ja etwas, was für den oder diejenigen eine spannende Arbeitsmöglichkeit darstellt. Und jetzt die große Frage, vielleicht rund um schon, was halte ich davon. Grundsätzlich, ja, die Bundeswehr muss jetzt gerade Bekanntheit erzeugen. Sie muss Aufmerksamkeit erzeugen. Sie muss sich auch neben den ganzen großen Marken, die da draußen natürlich eigentlich um ähnliche Fachkräfte natürlich auch kämpfen, da muss sie ihren Platz finden. Und dementsprechend ist Autofoam natürlich eine Möglichkeit. Sie arbeiten auch sehr stark übrigens bei TikTok auch. Das heißt, da werden gerade unterschiedliche Kanäle auch genutzt, um eben Menschen auch an die Bundeswehr heranzuführen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein Thema, was mir hier so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist dieser Call to Action, weil du es kannst. Weil im ersten Moment habe ich gesagt, ich verstehe nicht so genau, was dieser Call to Action oder dieses Kampagnenmotto denn eigentlich so bedeuten soll. Weil du musst natürlich in dem Moment erstmal auch verstehen und schon die Voraussetzungen haben, die Bundeswehr ist für mich irgendwie interessant und ich muss auch verstehen, worum dieses Weil du es kannst eigentlich sich dreht oder worum es da eigentlich geht. Und das verstehst du wiederum erst, wenn du den Film dazu gesehen hast, wo eben genau das erzählt wird. Ja, du hast eine besondere Kompetenz, eine Stärke und nutze diese Stärke doch bei der Bundeswehr. Und ohne diesen Film, finde ich, ist diese Botschaft, weil du es kannst, schwer zu dekodieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, mich hat es im ersten Moment nicht erreicht. Der zweite Punkt, der dazukommt, muss ich auch dazu sagen, ich stelle mir schon die Frage, reicht dieses Thema Employer-Marketing und Recruiting-Kampagnen an allererster Stelle überhaupt oder liefert die Bundeswehr danach auch im weiteren Bewerbungsprozess, wenn es dann wirklich ums Employer-Branding geht, liefert die Bundeswehr dort genug Argumente, dass die Menschen sich nicht nur dieser guten Mission in erster Linie verschreiben, sondern in späterer Folge dann auch, ich sage mal, den grundsätzlichen Rahmenbedingungen bei der Arbeit dann auch verschreiben. Das heißt also, schafft es die Bundeswehr eigentlich so durch den ganzen Funnel hinweg, wirklich die Leute zu konverten? Das ist so eine Frage, die ich habe. Wie gesagt, aufmerksamkeitstechnisch erstmal eine gute Idee. Grundsätzlich auch ein nachvollziehbares Tuschee sind so etwas, was man auch gut gelernt hat, mit der Schwäche des aus meiner Sicht schwer zu dekodierbaren Call-to-Action. Und dann die große Frage, macht die Bundeswehr danach eigentlich auf den weiteren Schritten im Funnel auch gute Arbeit? Auch das sollte man in dem Zuge definitiv nicht vergessen. Und dann gehen wir ganz weit weg eigentlich von der Bundeswehr, landen nämlich bei einem Bundesland und zwar nicht irgendeinem Bundesland, sondern bei The Land. Ihr erinnert euch vielleicht oder habt es auf jeden Fall schon mal gehört, vielleicht habt ihr es euch auch gemerkt. Ja, es gibt ja Baden-Württemberg, die sich vor, ich glaube, zwei, drei Jahren mal mit Pauken und Tompeten in The Land umbenannt haben, auch ganz bewusst mit diesem Äh mittendrin, was ja so eine Stolperfalle im positiven Sinne ist und auch die Internationalität, aber gleichzeitig auch die Identität und diese Historie von Baden-Württemberg eben auch spielen soll. Das heißt also, man positioniert sich als ein Land und sagt eben The Land dazu, weil dann so diese Verbindung zwischen Deutsch und Englisch ganz gut rübergebracht wurde und das, wie gesagt, auch dann für internationale, wie aber auch für einheimische eine Positionierung sein soll. Und jetzt kam ein weiterer Schritt innerhalb dieser Gesamtkampagne dazu und zwar hat Baden-Württemberg jetzt entschieden, auch das Corporate Design weiter anzupassen und auch dem anzugleichen, was man eben vor zwei, drei Jahren im Zuge von The Land schon gesagt hat. Das heißt also, es gibt jetzt ein überarbeitetes Logo, es gibt ein neues Layout-Prinzip, es gibt eine neue Schrift, es gibt neue Farben, beziehungsweise zumindest Farben, die jetzt bewusst eingesetzt werden. Das heißt, man hat eigentlich einen typischen CI-Prozess, CD-Prozess hier hinter sich gebracht und jetzt eben praktisch einen neuen Auftritt für sich. Und auch da jetzt die vielleicht unter Umständen große Frage, wie würde ich das Ganze einschätzen? Erstmal muss ich sagen, es ist selbstähnlich gemacht worden. Das ist schon mal eine Sache, wo ich sage, da habe ich schon mal auch Schlimmeres gesehen, beziehungsweise anders gesagt, finde ich schon mal eine gute Idee, dass das Ganze wiedererkennbar ist. Das heißt also, ich erkenne weiter in Baden-Württemberg, weil ganz, ganz viele Stilelemente, ihr kennt diesen Löwen, ihr könnt auch diesen Hirschvogel und so weiter, all diese Stilelemente wurden übernommen und auch der Farbcode von Baden-Württemberg, dieses Gelb-Schwarz, wurde natürlich weiter übernommen. Auch da erstmal Haken beim Thema Selbstähnlichkeit, das heißt also, Baden-Württemberg bleibt wiedererkennbar. Ein zweites Thema auch zum Thema Selbstähnlichkeit, es ist irgendwie ja wirklich eine selbstähnliche Weiterentwicklung. Das heißt also, wenn ich jetzt diesen Löwen, diesen Hirschvogel und alles Mögliche, das Logo sehe, dann weiß ich immer noch, wer zu mir spricht. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtiger Punkt hier, bin ich froh darüber, dass man da jetzt nicht irgendwie der Kreativität komplett freien Lauf gelassen hat, sondern dass man immer noch bei sich geblieben ist. Und in dem Zuge finde ich auch ganz gut, dass es auch so nachvollziehbare Code-Ebenen gibt. Das ist jetzt also nichts, wo ich irgendwie sage, das ist super überraschend, da irgendwas Designtechnisches reingebracht wurde, irgendwelche Codes reingebracht wurden, die eben gerade natürlich die Bürgerinnen und Bürger, und an die geht das ja auch ganz, ganz stark, dass die dann nicht dekodieren können. Das heißt, es ist nicht irgendwie so eine abgehobene Stilgeschichte, die dann keiner mehr versteht und wo nur irgendeine Agentur dann ganz groß erklären muss, warum jetzt das Logo so und so aussieht. Es ist ein nachvollziehbarer Stil und das finde ich in dem Zuge auch ganz, ganz gut. Der dritte Punkt, den ich auch auf die Positivseite schreiben würde, ist einfach jetzt diese Konsistenz und dass man jetzt nach The Land auch, da hat man sozusagen A gesagt, dass man jetzt auch B sagt. Das heißt also, man hat sich gesagt, okay, wir haben diese Kampagne eben ausgerichtet, wir haben sie eben kommuniziert vor einigen Jahren und jetzt müssen wir natürlich CI und CD daran auch anpassen. Das finde ich erstmal konsistent. Das heißt, es ist ein weiteres Commitment dieser großen Kampagne gegenüber, dass man eben dieses Thema wirklich ernsthaft verfolgt und dementsprechend natürlich auch ein CI und CD rüberbringen möchte. Das heißt, ich sehe erstmal nur große Pluspunkte hier und würde das auch mal so verorten. Das heißt, eine vielleicht Veränderung des CIs, des CDs, die einfach nachvollziehbar ist und im positiven Sinne erstmal niemanden schockt oder gar wehtut. Und das muss man ja auch erstmal als positiv vermerken und sehen. Dann kommen wir noch zum YouGov-Ranking. Da hatte ich letzte Woche ja schon ein Stopper, da ging es gerade um die Familien. Jetzt geht es um alle sozusagen, gerade in Deutschland. Das heißt, YouGov hat jetzt nochmal herausgearbeitet, wer sind denn eigentlich die Lieblingsmarken der Deutschen? Und da muss man sagen, auch da vorne auf dem ersten Platz nichts Neues, weil Paypal ist zum dritten Mal in Serie erster Platz in den Lieblingsmarken der Deutschen. Und auch dahinter gibt es einige Marken, die durchaus schon wiedergekommen sind, wie zum Beispiel DM, als auch Samsung, als auch Lego zum Beispiel, die ja immer so unter den ersten fünf gerankt wurden. Hinzu kommen dann noch so starke Marken wie zum Beispiel Bosch, DL, Nivea, Adidas, Aldi und Amazon. Und grundsätzlich stellt auch YouGov fest, es sind größtenteils die typisch deutschen Marken, die auch die Lieblingsmarken der Deutschen sind. Ja, wie wir gerade ja schon gehört haben, Amazon und vor allen Dingen auch Paypal, natürlich so die Marken, die man vielleicht dort nicht erwarten würde. Auch Lego natürlich aus einem anderen Land. Aber ansonsten sind es viele deutsche Marken, die auf den ersten zehn Plätzen kommen. Ganz interessant ist allerdings, was YouGov noch herausgearbeitet hat, dass so ein bisschen der Grundscore in einigen Branchen überraschend niedrig war, wie zum Beispiel bei den Automobilmarken. Das ist ja auch durchaus eine andere Perspektive, als das vielleicht bei den internationalen Rankings gerade war. Könnte unter Umständen dafür sprechen, dass die Marken vielleicht in Deutschland etwas kritischer gesehen werden als international. Also wir haben ja letzte Woche gerade auch über Interbrand gesprochen und dort waren ja gerade die deutschen Automobilmarken weiterhin sehr, sehr stark. Bei YouGov ist das etwas anders. Eine Gewinnerbranche ist allerdings die Lebensmittelbranche oder Lebensmittel-Einzelländerbranche vor allen Dingen. Das heißt, wo es um Lidl, um Aldi und Co. geht. Die haben sehr starke Scores und ähnlich. Überraschend war, dass gerade die Elektronik-Riesen ebenfalls sehr stark abgeschlossen haben und auch dort einen sehr hohen Durchschnittsscore für sich verzeichnen konnten. Und so grundsätzlich bei den Neueinsteigern muss man nochmal drei Marken herausheben, die sehr, sehr stark im Vergleich zum Vorjahr, also eine signifikante Verbesserung, verzeichnen konnten. Und das waren übrigens Adidas, Aldi und Amazon. Gerade bei Adidas vielleicht eine kleine Überraschung. Die hatten ja schon viele Skandale, wie wir hier auch gehört haben. Schwer zu interpretieren grundsätzlich. Bei Aldi und Amazon kann ich es nachvollziehen. Gerade bei Aldi, die ich ja immer wieder ja auch heraushebe für ihre herausragende Markenführung. Aber ja, das auf jeden Fall drei Gewinner. Witzigerweise alle mit einem A. Vielleicht lag es auch daran. Das heißt, könnt ihr mal drüber nachdenken. Wenn ihr eine neue Marke gründet, dann vielleicht mit A. Und dann gehen wir so ein bisschen in den Modehandel zum Abschluss und sind erstmal bei Netflix und About You. Das war jetzt der wichtige Modetitel natürlich noch dazu. Das heißt also hier eine Kooperation zwischen Netflix und About You, die jetzt gerade bekannt wurde. Und zwar ist es so, dass Netflix jetzt entschieden hat, mit About You zu kooperieren und eine eigene Kollektion rauszubringen, die in exklusiv über About You auch verkauft wird. Und dort geht es natürlich darum, die ganzen Serien, die natürlich unglaublich viele Fans auch nach sich ziehen, dann die mit About You oder über den Kanal auch zu verkaufen und diese Kollektion ja exklusiv unter dieser Marke zu branden. Grundsätzlich natürlich ein spannender Schritt. Was steckt da dahinter? Natürlich geht es für Netflix weiterhin darum und ich hatte es ja vor zwei Wochen auch schon mal hier, das Thema Mental Availability wiederherzustellen. Das heißt also Netflix sucht nach Möglichkeiten, sich auch von diesem Funktionalen einfach zu lösen, wie dieses Funktionale ist. Ich bin im Streaming-Dienst, ich habe gute Filme auf meiner Plattform und ich konkurriere mit Disney Plus und mit Apple und so weiter, um die Gunst der Konsumentinnen und Konsumenten, das heißt um den Geldbeutel, dass man sagt, pro Monat gebe ich dafür auch Geld aus. Und desto besser ist Netflix sich auch schafft, von diesem Funktionalen zu lösen und eher zu so einem typischen gesellschaftlichen Bestandteil zu werden. Das heißt also etwas, was zu Hause im Wohnzimmer nicht mehr hinterfragt wird, was einfach zum logischen Inventar gehört, desto erfolgreicher ist natürlich die Marke auch. Und deswegen versuchen sie natürlich mit solchen Möglichkeiten, wirklich sich bei den Menschen zu verankern und wie gesagt, sich vom funktionalen grundsätzlichen Angebot, was sie da haben, sich zu lösen. Und dazu werden solche Kooperationen normalerweise auch genutzt. Logische Strategie ist eine ähnliche Strategie, wie sie übrigens auch Aldi und Lidl gemacht haben, ja auch über solche Pieces, über solche Modepieces sich dann auch zu positionieren, einfach und dadurch immer wieder herzustellen, du trägst Netflix, du trägst auch Aldi, du trägst auch Lidl etc. Und wie gesagt, das, was dadurch bei uns psychologisch passiert, ist natürlich, dass wir uns so ein bisschen davon lösen, dass wir nur dann am Ende vergleichen, was ist denn bei denen auf der Plattform zu sehen und was ist bei den anderen auf der Plattform zu sehen. Also von daher logischer, nachvollziehbarer Schritt, strategisch sehr, sehr klug und können wir mal gespannt sein, wie das Ganze weitergeht und was da noch rauskommt. Und zum Abschluss gehen wir nicht in die Fundstücke, sondern in diese Kategorie. Fragwürdige Markenelemente und wie sie wirklich entstanden sind. Und wir bleiben im Modebereich und sind bei Shein, dieser Marke, die immer etwas schwer auszusprechen ist, beziehungsweise man sich immer so überlegt, wie wird die eigentlich ausgesprochen? Ja, Shein, ich tue mich auch immer schwer und gehe manchmal in eine falsche Richtung da, aber Shein hat jetzt etwas gemacht, was auch gerade in Deutschland jetzt auch gerade publik wurde und zwar haben sie ja schon Ende 2022 ihre Reseller-Marke gegründet, das heißt also, wo es um Secondhand geht, wo es gerade darum geht, Marken oder Produkte, die man bei Shein eben gekauft hat, dass man die über diese Resell-Plattform, also über den Secondhand-Kanal praktisch wieder in die Masse zurückbringen kann, in die Gesellschaft zurückbringen kann und das Ganze ist natürlich die Idee, dass das Ganze ja eine bessere Kreislaufwirtschaft wird, die da erzeugt wird, indem eben diese Produkte nicht immer weggeschmissen werden oder irgendwo hingespendet werden, sondern unter Umständen weiter verkauft werden und das ist natürlich die Idee dahinter, ja, so nachhaltigkeitstechnisch die einen oder anderen Pluspunkte auch zu sammeln und das ist die große Idee dahinter, dass jetzt das Ganze auch in Deutschland gestartet wird. Grundsätzlich muss ich allerdings sagen, ich glaube, dass Shein ja auch mit dieser Strategie, naja, nicht den Riesenerfolg haben wird, sich da in irgendeiner Form nachhaltig zu positionieren, weil jeder, der bei Shein einkauft, weiß, glaube ich, sehr genau, dass das Thema, naja, ich sag mal, gelinde gesagt, etwas durchschnittlich bis negativ besetzt wird, das heißt, man weiß, woher die guten Preise kommen, man weiß, was für ein Gebaren auch dahinter steckt, dass man da auch genau weiß, wie die letztendlich hinkommen und ich glaube, jeder, der da einkauft, genauso wie wenn du zu Primark oder zu irgendwelchen anderen Marken gehst, du weißt ziemlich genau, was du in dem Sinne dann auch tust und dementsprechend ist, glaube ich, die einzige Strategie, die dahinter steckt, einfach den Menschen irgendwo so ein etwas besseres Gewissen zu geben, aber man muss auch ganz klar den Tatsachen ins Auge sehen, diese Marke wird jetzt dadurch nicht besonders nachhaltig, dazu müsste man ganz, ganz vorne anfangen, viel, viel stärker, ja, da an Schrauben drehen, was niemals passieren wird bei dieser Marke, das heißt, das hier sind alles, ja, so gewisse Pflaster, die man vielleicht auch klebt oder das sind so gewisse, ja, strategische und taktische Kniffe, wo man einfach versucht, ja, durch dieses etwas bessere Gewissen vielleicht der einen oder anderen Konsumenten, Konsumentin eben von der Marke auch zu überzeugen und zu sagen, ja, du darfst auch guten Gewissens hier einkaufen, weil wir haben ja unsere Resale-Plattform. Das ist also das einzige taktische Kalkül, was dahinter steht, aber deswegen muss man das jetzt hier auf jeden Fall nicht abfeilen, aber dazu gehört schon, das zu kommunizieren. Das heißt also, muss man nochmal, wie gesagt, den Tatsachen komplett ins Auge sehen, Schrauben wird dadurch nicht besonders nachhaltig, aber sie haben dahinter einen strategisch-taktischen Kniff, den man erstmal ganz objektiv nachvollziehen kann, ob man den jetzt gut findet, muss jeder selber für sich entscheiden, aber das ist die Strategie und die Taktik hinter diese Entscheidung jetzt mit dieser Resale-Plattform, mit dieser Second-End-Plattform auch nach Deutschland zu kommen. Ja, und mit diesem Thema entlasse ich euch dann auch schon ins Wochenende mal wieder und ein Fundstück mal gucken, was nächste Woche vielleicht dazu geliefert wird. Vielleicht gibt es ja endlich mal wieder ein paar Fundstücke auch von mir. In dem Sinne, ein schönes Wochenende, guten Schadens nächste Woche, macht's gut, bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.